Willkommen, Schockwelf. Es tut gut, dich vollständig reaktiviert zu sehen. Und gerade rechts halte ich. Reise zu dieser verlassenen Kernkraftanlage in Tschernobyl und besorge dieses Objekt. Optimus glaubt vielleicht, er hätte meine Pläne durchkreuzt. Aber das ist weit gefehlt. Operationssäule kann nicht aufgehalten werden. Bald werden die Erde und ihre Ressourcen mir gehören und Cybertron wird neu geboren werden.